Ein Auto ist durch Wind und Wetter vielen Belastungen ausgesetzt. Bevor ein Fahrzeug auf den Markt kommt, müssen die verbauten Materialien und Komponenten daher intensiv auf ihre Beständigkeit getestet werden. Die Klimakammern der Schunktochter Weiß sind auf diese hohen Anforderungen perfekt zugeschnitten. Sie ermöglichen Tests mit wechselnden Temperaturen, mit Feuchtigkeit, Regen, Sonnenbestrahlung, Vibration und Fahrtwind. Ob Tropen, Arktis oder Wüste, in den Klimakammern von Schunk können Fahrten bei unterschiedlichsten Bedingungen simuliert werden, auch in Verbindung mit fahrtypischen Vibrationen. Und das alles ohne die Position des Fahrzeugs zu verändern. Das spart Zeit und Geld und liefert immer reproduzierbare Ergebnisse. Das Auto kann zum Beispiel durch Sonnenlicht aufgeheizt und anschließend extrem abgekühlt werden. So entstehen hohe Materialspannungen. Mithilfe der Tests in der Klimakammer können Schwachstellen im Fahrzeug schnell lokalisiert und behoben werden. Die Tests sind in Echtzeit und in Zeitraffer möglich. 300 Stunden Test in der Kammer entsprechen etwa 300.000 Kilometer im realen Einsatz. Weißtechnik bietet als weltweit größter Hersteller für Umweltsimulationsanlagen herausragende Prüftechnik rund ums Auto. Von Standardprüfgeräten bis zu maßgeschneiderten Lösungen. Rundheim 7. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12.